hey leute und herzlich willkommen zu meinem 1000 abonnenten special hier mit zander a place lp maju und mr kraki jawoll und es geht los nach dem intro nein es geht nicht los nach dem intro weil bei euch ist jetzt das intro vorbei und bei mir ist das intro nicht angefangen weil ich keine zeitverschwendung in meinen videos haben möchte also geht es jetzt bei mir sofort los los ja also ich bin hier super kraft crawl busters und so weiter und so fort was super kraft bros oder nicht brav oder so genau was ich kann sagen die pvp map hier unten oben einen lieben es sagt wenn er uns den server zeit sponsort der karl hat sich ein mutter und hallo sagen johann und er ist eigentlich cool er hat uns den server gesponsert für mein 1000 mann special spielen wir jetzt auch dieses spiel und ich bin sauber also sein kann hier und ich bin drei klasse nehmen ich würde aber schon anfangen erst mal mit kaktus also könnt ihr mal ausdrucken mit das ihr nehmt und ich habe einfach sagt einiges gut ist dann zu der verhaustein machen wir mehrere runden ich habe enderman ihr dürft nicht enderman nehmen kaktus kaktus ich habe hier ein schwert knockback und ich habe keinen ja genau fail ich habe keinen bogen bekommen hey das ist richtig so das ist so nein ich habe einen pfeil und kein bogen ja das ist normal so ich habe einen pfeil und keinen bogen ja das ist normal so jetzt ist so mit dem 3d mach den runden den runden den runden den runden den runden oh die schlagen machen wir eine random map ja ne ja mach random hier diese 6 maps 6 ne ja ok und random map geht los und was ist los was gehts was gehts ja von wegen ich krieg einen bogen hm hast du jetzt einen bogen nein ja ist doch richtig so nein das ist auch ein bogen du der fight fight los fighten alle alle fighten alle wow wie hoch ich spielen kann alter ah bock mal ich habe mir selber weh getan obwohl ich ach so sollen wir gegeneinander kämpfen ja wir sollen gegeneinander kämpfen aber genau was zunder plays töten zunder plays wurde getötet und ihr habt halt nur 4 leben oder so und dann seid ihr irgendwann tot ja genau alter stirb 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 ich hasse euch scheiße ich hab mein enderpearl ins nichts geworfen ich hab mein enderpearl ins nichts geworfen hoffentlich werde ich nicht ins nichts geportet alter im hat das bei mir so richtig geleckt uhr 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 voll geil das spiel irgendwie hau !!!! Oh man, ich wacke hier voll rum in der Welt, okay, los geht's. Wow, Thunderplay, Thunderplay, Thunderplay. Ich bleibe, ich gehe es nicht mehr. Nein. Alter, warum, warum, warum kannst du mich so knockbacken? Weil er knockback hat wahrscheinlich. Das kann doch nicht sein, der hat mich mit dem Bogen gehauen. Ui. War eben zwei Leben verloren. Nunkel, da gehe ich lieber nicht rein. Ah, ich bin aus dem Nix gefallen. Nein, nur noch ein Leben. Man munkelt, dass er schlecht war. Alter, jetzt mal im Ernst. Warum hast du so ein scheiß Knockback-Ding? Das ist doch gecheatet. Welche, was ist er denn? Ja, das weiß ich nicht. Junge, was hat der für eine Schaufel überhaupt? Ja, ne? Guck mal, ich fliege von der Welt einfach runter. Ich habe Knockback 1 und Schaden ist 3. Warum kann ich damit euch nicht töten? Ich habe verloren. Andi! Ah! Nein! Alle weg! Nein, ich fliege, nein! Wer ist Team Rot? Ich. Ich bin Team Gelb. Nur wenn ich am wenigsten gestorben bin. Nicht auf dich! Nein! Komm, bitte, bitte, bitte! 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 Oh Mann! Alter! Oh, ich habe nur noch ein Leben. Team! Scheiße! Ein Leben! Alter, ich bin erst einmal gestorben, wa? Halt mal so an! Ja, vier ist weg und fährt drei und zwei nur noch ein Leben jeweils. Was hast du gesagt, Junge? Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Nein, ich habe mich gegen die Wand geworfen und bin jetzt tot. Los, Andi, komm, stell dich wie ein Mann. Komm, los! Nein! Oh, ey, wie blöd bin ich denn eigentlich? Ich habe immer aus. Hey, warte mal, ich glaube, ich habe noch ein Leben. Wer von euch lebt denn jetzt noch? Ne, ich bin tot. Andi, du schläfst doch noch. Oh, ich habe gewonnen. Ja, okay. Bis gleich wieder. Wir werden jetzt getötet und dann, ähm, nochmal neu. Nochmal neu, yo. Neues Spiel, neues Glück. Ich bin wieder grün. Ich bin Team P4, ne? Was nehme ich denn dieses Mal? Was war das mit der Schaufel? Das war Zombie, glaube ich. Was hattest du, dass du gewonnen hast? Ich? Kack? Ja. Kaktus. Kaktus? Ja. Hat schon einer Kaktus? Ja, dann hat schon. Ja, ich. Ich will für drei Runden oder so, ist ja egal. Jeder kann mal spielen, was er will. So, wir wieder random. Ne, lass mal, ähm. Nein, random. Wir machen auf random, das ist gerechter. Jawohl, die Map ist geil. Oh, das ist ja voll gammel. Ich habe so. Oh, das ist gammelig. Das ist gammelig. Das sieht doch aus. Die Map ist geil, ja? Das ist ein Dorf. Dann mache ich euch wieder kalt. Super. 3, 2, 1, los, fight. Fight. Au, was ist da los? Stah los. Alter, wie springt. Alter, oh, oh. Oh nein. Alter, was springt du so hoch? Alter, die Klasse von mir ist mega scheiße. Au, das ist nur Knockback. Nein, du hast übrigens kein Knockback, Junge, der Waffe. Au, au, au. Alter, Blaze ist auch übeltrieben. Irgendwie sind alle Klassen, die ich habe, mega gay. Könnt ihr auch da runterkriegen zu nehmen gleich. Alter, Wizard ist richtig kacke. Ja, ich weiß. Wie war es, wie es geht, Junge? Ich habe doch recht nicht sprungen. Alter. Ah, cool. Oh nein. Alter, eine Hexe vergiftet mich. Nein. Ja. Geschieht der Rest. Wow. Junge, die Hexe kommt mir hinterher. Alter, als würden wir auf dem Mond sein. Ja, ist so. Alter, Sprungverstärkung. Ein unendlich. Junge, nein. Alter, das ist echt schlecht, echt. Das ist übelst schlecht. Das war, dass ich jemanden gegrillt habe. Junge, die Hexe macht übertrieben die unfaire Poison oder Poison. Das ist Pockeball, Junge, ja? Oh, was ist da los? Alter, warum ist hier ein Ding? Geh doch weg. Hä, das bringt ja gar nichts. Ach so, doch. Oh, ich habe Witter. Wither. 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 Alter, wer schlägt mich mit Feuer? Ich habe mich zu witheren. Oh Mann, ey. Oh Mann. Abgang, Andi. Mach einen Abgang. Mach einen Abgang jetzt. Junge, du sprennst, du sprennst aus. Du bist aus. Nein. Ja, Mann. Du bist eigentlich schon mal gestorben, Andi. Nee. Ist Tobi noch da? Tobi? Psch, nicht sagen, dass ich da bin. Ey. Das ist okay. Unendlich. Ich habe ja unendlich. Oh Gott, ich bin tot. What the fuck. Oh, 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 oh. Pfff. Von hinten. Boah. Ja, Mann. Ich bin Camper. Ich bin geburned. Ich bin geburned. Geburned. Oh, hallo. 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 Kass. 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 Burn. Burn. Ja. Wo bist du, wo bist du? Oh, ich bin gerade. Oh, oh, oh. Oh, der wacht knapp. Was kann man mit einem Arrow machen? Was ist da los? Alter, warum hast du auch Pfeile? Oh. Kann ich noch. Oh. Jawohl, ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Getötet. Ah. Oh. Pff. Schau mal. Da ist er schon raus. Ah. Nein. Alter. Noch ein halbes Herz. Noch ein halbes Herz. Eigentlich, du. Ich habe es ja vorhauen. Andi, warst du das oder warst du? Wie du das? Wow. Tot. 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 Nein. Nein. Lol. Wer ist da unsichtbar? Geil, Mika. Oder ich glaube mal, du bist das jetzt. Aber du kannst ja nicht sagen. Ja, ich bin unsichtbar. Du bist unsichtbar? Ja, ich habe Gameboot. Such Zuschauer. Kann ich euch schlagen? Oh. Entschuldigung. Du. Du. Böse. Böse. Jomo, du hast mich in das Loch gehauen. Wie geil. Ich bin alles in das Loch. Nee, eigentlich nicht. Aua, nein. Ich kann schon wieder sein. Doch. So, jetzt geht es weiter, meine Freunde. Wir zocken hier mal eine Runde. Hä, wo bist du gerade? Achso. Kennt ihr den Film Jumper? Ja. Ich fühle mich gerade voll so wie in dem Film. So. Ja, man kann sich eigentlich... Oh, klar. Oh, ja, oh, oh. Oh, nein. Ich bin da so... Wie du stirbst, Andi. Wie du einfach nicht stirbst. Wie du einfach nicht stirbst. Nein, bitte, nein. Wie er einfach so sterbt. Wie er einfach so sterbt. Von Exo B2605 getötet. Hallo, ich bin grün. Ich habe die meisten Leben von allen noch. Für den hast du den. Sklett ist doch gar nicht so eine Scheißklasse. Alter, Mann. Junge, ein Unsichtbarer war in mir. Und deshalb konnte ich keine Pfeile abschießen. Alter, wie das auch sah. Nein, ich glaube, auf mich zu schießen. Warum? Nur, weil ich One-Hit-Kill bin von dir? Ich habe doch gesagt, dass ich One-Hit-Kill von dir bin. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt ist er nicht durchsichtig. Ja, das ist scheiße. Geh mal nicht in die Flugbahn von den Pfeilen, okay? Aua, aua, aua. Ich bin tot. Geil, ich habe Unsichtbarkeit. Nein, ich habe doch keinen Fall. Nein, ich habe doch keinen Fall. Aua, nein. Burn to death los. Ich sehe dich nicht. Nein, ich will nicht. Ich weiß, dass ich noch geht. Hey, warte, ich kann ja eigentlich mal meinen Minecraft-Zahn anmachen, oder? Wer ist P1? Ich. Okay, du hast nur noch ein Leben. Äh, wer ist P3? Ich bin P2. Ja, okay. Jawoll. Stier. Nein. XTobi2605, bester Mann. Komm, sag, Andi ist raus, Andi ist raus, komm. Nichts, Andi hat noch viel Leben. Scheiße, ich bin einzig, der hat ein Leben, was. P3 hat nur noch ein Leben. Okay, jetzt beide. Oh, nein, stopp. Oh, nein, nein. Hör doch auf. Hör doch auf. Nein. Aua, Junge, Alter. Ey, Sunderplace, Sunderplace. Andi, Andi, nicht, nicht, nicht. Ach, doch. Er hat noch viel zu viel Leben, Andi hat noch viel zu viel Leben. Töt ihn. Wollte, fang, wie viel Hexen da sind. Nein, bitte nicht. Nein, Mann. Wie viel Leben hattest du noch, Andi? Ich weiß es nicht. Zwei oder so. Oh, Mann, einen Kill hätte ich gebraucht. Nein, warum, nein? Ich will aber nicht rennen. Nein. Ah, ich habe mal ein halbes. Ah, fuck. Warte, nein. Nein, ja, genau. Alter, wie viel Schade gemacht das. Ich bin raus. Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen? Jo. Nein, oder? Doch. Ich habe gewonnen. Jawohl. Ja, Leute, also an dieser Stelle hier, wo ich jetzt gerade nachkommentiere, da haben wir ein bisschen gefällt. Da waren alle unsichtbar und mit Tränken und so, das war alles ein bisschen gefällt. Und jetzt gleich geht es einfach weiter bis dahin. So, da sind wir auch wieder nach dem Cut. Ich nur gedacht, Klasse 3 oder so. Ja, also für die, die es nicht mitverfolgt haben, was wir hier während des Cuts gemacht haben. Hausnabonetten-Special? Achso. Ja, nee. Nein, ja, da gab es gerade irgendwie ein paar Schwierigkeiten, weil, ja, ist einfach so und jetzt geht es weiter. Random Match, Random. Jawohl. Ich bin mir Farbe denn jetzt. Alter, 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 cut immer. Oh. Also, Leute, auf der Map kann man sich hochheilen, wenn man da oben auf diese Blöcke geht, so gemerkt. Die Map ist cool, aber hier sind voll die Kack-Hexen. Habe ich keinen Sprung, ich habe Pfeilerbogen, wo ich am schlechtesten bin. Oh, siehst du? Hä, was ist hier? Wumm, 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 wumm. Nein. Wer ist umgeschmissen? Wuhu. Scheiße. Hä, wer ist unsichtbar? Wer ist unsichtbar hier schon wieder? Hä, bin ich unsichtbar? Warte, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen. Du bist unsichtbar, die Junge, das ist unfair, du bist unsichtbar geschlagen gerade. Hä, ich bin doch nicht unsichtbar, oder? Du hast mich gerade geschlagen, die ganze Zeit. Hä, warte, ich bin jetzt hier. Warte, ich hau dich gerade. Ja, du hast dich nicht gesehen, du bist unsichtbar. Hä, laber, kannst du. Hä, bei mir bin ich sichtbar. Ja, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn nicht. Okay, es geht einfach weiter. Warte, jetzt. Ja, doch, jetzt sehe ich dich. Okay, gut. Dann, ähm, würde ich sagen, lol, jetzt bist du bei mir unsichtbar. Ja. Ey, das bin, oh. Ey, Mayu, du bist unsichtbar. Nein, eigentlich sehe ich gar nicht. Hä, ich sehe Mayu. Siehst du mich? Ich sehe alle, ich sehe alle. Nein. War komisch. Du hast schon mal zwei gekält, ey, bam. Ja, ich bin einmal gestorben, deswegen. Wir sind eigentlich Player 4, Andi, bist du das? Ja, nee, ich bin drei. Immer drei bin ich eigentlich immer. Ich bin immer zwei. Au, 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 nein, 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 oah. Ich bin schnell wie eine Katze. Warum, warum habe ich jetzt dieses scheiß Sklettings genommen? Weil ich mir das mal verschleicht. Warum ist bei mir Tobi immer noch unsichtbar? Das ist nicht echt unfair. Lol, wow. Alter, das war richtig knapp. Boah, mein Minecraft lag. Scheiße, ich glaube, ich muss in die Lava springen. Nein, ich möchte dich gerne killen. Lol, ich bin einfach so in die Lava gelaufen, jetzt ohne so eine Vorwarnung und so. Nee, mein Minecraft lag irgendwie immer so. Wow, voll komisch, wenn... Nein, 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 oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh, oh. Äh, ich habe gerade irgendwie 20 FP... Hä? Render Distance, normal. So, jetzt läuft es wieder flüssig. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh nein, oh nein. Wenn du dich heiligst, musst du einfach nur auf die Platten drücken, dann kriegst du full health. Oh, Gott sei Dank. Au, wow. Hier kommt Boos. Wow, Alter, der ist ja unsichtbar. Da ist ein Ei. Mika, sie... Äh, hier, nicht Mika, äh, Sander, siehst du mich? Ey, geil, ich habe ein Hexenei. Wow, wow, die Hexe greift mich an. Hä? What, what the... Was sag ich? Nein! Nächste Hexe, das war ich, Junge. Alter. Boah, hey, mit meinem Bogen bin ich so voll... ...de Noob. Hä, ich habe mit meinem Bogen gewonnen. Ja. Lol. Scheiße, Hexe, scheiße, Hexe. Hexe! Ist nur jemand, der rauskommt, ne, oder? Player 3, Andy, du bist einmal sterben, du bist raus. Nein, die scheiß Hexe hat mich wieder. Ja, das ist der Sinn der Sache, wenn Hexen. Die machen auch mal irgendwie Instant Damage oder so, ne? Oh, yeah. Eins. Yay. Okay, ich bin draußen. Yay. So, ich kann so ein schönste Hexenei bin, wie ich, ähm, abgammel. Ich habe, glaube ich, jetzt schon zwei Tode. Ich glaube, der ist schon gestorben. Ich dachte, der wäre uns nichtbar geholfen. Ja. Ha, geil. Fickt aber mal hier hoch. Ihr spektatet so lange. Ich trinke so lange was. Mir Bange! Brrrr! Lol, wo bist du? Mal. Mal. Ah! Wie viele Hexe-hatte-hatte-herze-hattest du noch? Herzen! Herzen! Warte, ich weiß, wo ich hingehen kann. Das ist noch geiler da oben. Hier, so kann man perfekt zuschauen. Hier kommt Bruce! Lol, du hast mich voll genockbacked. Lol, lol, du hast mich in der Tür... Alter, wer ist das? Du, P4 hat nur noch zwei Herzen. Zwei Leben. P4? Oh, P2 hat nur noch eins. Ähm, ja. Ne, das bin ich. Das bin ich. P1, P4? Du, wieder bin ich tot. Oh, ja, ja, drei, Junge. P1 und so. Full win. Nein, Alter, wer hat mich gehauen? Wer hat mich gehauen? Wer hat mich gehauen? Sklet spawnen, Sklet spawnen! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Bitte, danke. Ich bin tot. Tschüss, auf Wiedersehen. Ihr werdet mich nie wiedersehen, weil ich Spectator bin. So, okay. Basti, hol mal ab hin. Alter, dieses Gift, ey. Basti, hol mal ab hin. Okay, Basti. Ich hab noch ein halbes Life. Ich hab noch ein halbes Life. Leben. Geh auf den Turm, geh auf den Turm. Ich hab noch ein halbes Life. Komm, ich gewinne. Alter, was ist das? Das war... Das ist ne Bitch. Das war ich. Ne Bitch, meinst du? Bitch. Oh, komm. Geil, man sieht mich gar nicht, weil ich nicht mal zwei lehne. Ja, 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 komm, komm. Ja, Glückwunsch, Mayu. Ey, ich bin erst... So nicht selten, Dings. Was? Ach, die hat ja noch ein paar Leben. Ich hab noch ein paar Leben. Boah. Was ist denn? Ja, Mayu. Komm her, Mayu. Ketchup, ey. Mayu und Ketchup. Lalalalalala. Unsere Opel ist kaum. Komm her, du Muschi. Ich guck mir jetzt mal hier unten dieses Drammen dran an. Ja. Nein. Mit den Vorteilen einer Hexe. Spuck ihn voll los. Spuck ihn voll. Nein. Ja. Ja, Mann. Basti. Nein. Au, 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 alter. Au, weg, weg, weg. Au, au, nein. Das ist jetzt. Bitch, ich hab mich gekühlt. Bitch. Komm, noch ne Runde geht auf, ne? Noch ne Runde? Ja, ja, ja. Zack. Vielleicht noch die letzte Runde und dann machen wir, ähm, ja, Schluss, ne? Das ist wieder heute eine Klasse, die sie noch nicht genommen haben, ne? Ich hab Blaze. Ich hab noch, Creeper, ich hab mal Creeper, lol, alter. Oh, Blaze ist eigentlich voll cool. Warte, wir machen's mal keine, wenn es, wir machen's mal, wir machen's mal, wir machen's mal. Los, mach, los, los, los. Geht's los? Nein. Nein. Scheiße. Was denn? Guck mal. Kann mich einer porten, kann mich bitte einer porten? Ja, porten. Achso, ne, bin schon da. Ne, mein Minecraft hat irgendwie geleckt und deshalb und so, ne? Alter, Creeper ist richtig kacke. Haha. Aua, nein, ist es nicht? Geil, Mann. Wow. Was ist ein Creeper? Creeper. The potion. Und, ähm. Wow. Wow, du hast mich mit deinen Posen-Star runtergeknallt. Ja, geil. Das war nicht geil, find ich. Knallt. Aber man muss schon mal sagen, das ist richtig geil, was die so ge- LOL. Warum bin ich out of the game? Ähm. Oh. Das kann voll nicht sein. Wie kommt man hier hoch? Äh, fail. Goldner Apfel, wie klar. LOL, wo ist der gesprungen? Andi, ey, du bist so ein Arsch. Ja, kann ich nichts für. Oh mein Gott. Ich will gewinnen. Ich guck mir mal so die Technik an, die hier hintersteckt. Wow. Ich bin gerade erst gespawnt und kriegst du direkt das Maul. Ja, genau. Report, Alter. Ich bringe Andi hin. Nein, nicht mehr. Ich komm hier genau auf Mayu. Ja, ja, nee, ist klar. Eier auf Mayu, Eier auf Mayu. Ach, nein. Du parkst im Boden, ne? Ja, genau. Alter, aua. Alter, das hat gerade wehgetan. Alter. Geh weg. Geh weg. Ich mach mal meinen F8 Modus an. F8. Au. Ja, komm. Alter, wie ist das? Nein, 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 nein. Ihr kommt auf mich. Hör, wo bist du? Ich will mich nicht einmal schlagen, ne? Ah. Nein, nein, nein. Nein. F8 Modus ist doch cool. Ich bin jetzt hier der Kameramann des 21. Jahrhunderts. Ey, du fliegst veces so früh raus. Alter, nein. Doch, 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 doch. Doooord. Was tut, Alter? Stierb. Oh nein, ich hab die Welt kaputt gemacht. Ops. Böses Kind, ey. Ja, Mann, ich brauch dich. Los, beeilt euch! Nein! Alter, Creeper ist ja mega geil. Ey, wie viele Herzen hat man... Sag mal, wie viele Herzen noch links hat, Mayu. Welche? Ist ja P1? Ne, P4, glaube ich. Zwei. Mayu hat noch zwei. Zweieinhalb habe ich. Alter, ja... Ja, ne, ist klar. Ne, zwei gegen eins. Alter! Ja, okay, er kann ja Glaser-Smart machen. Nein! Oh Mann! Topfer! Äh, wo bist du? Ach, da. Creeper ist doch mega unfair, oder? Ja, genau! Nein, Spinne ist übrigens unfair. Ich hab die auch freigespielt. Was meinst du, warum ich gewonnen habe? Weil die übrigens OP ist. Die ist einfach schnell. Und hat übrigens geilen Knockback. Äh, Creeper? Nein, Spinne. Spinne! Die Spinne spinn. Hey, bei mir, guck mal. Sonst habe ich mit Freps immer so ne, wenn ich aufnehme, hab ich immer 50 FPS, ne? Und jetzt hab ich Wunder. Nein! Wieso? Hat einer schon gewonnen? Hast du gewonnen? Nein, ich bin raus! Ja, ich hab gewonnen! Warte! Nice! Okay, guck mal hier, so deinem 1000 Abonnenten-Special hast du gewonnen. Einmal gewonnen. Wenn wir nochmal eine Runde gewonnen, komm, noch Best of Five. Best of Five? Kein Plan ist mir egal. Fertigkeit unsichtbar. Okay, noch eine Runde kommt. Ich hab sowieso Best of Five gewonnen, aber normal so als Abonnenten vielleicht eine Runde. Jetzt dürfen wir jeden, den, den wir halt nehmen wollen, okay? Den wir letzten Mal, den wir schon mal genommen haben, auch nehmen wollen, okay? Jo. Ne, wir brauchen keine Milch mehr, weil jetzt ist ja wieder durchsichtig weg. Wenn wir möchten diesmal. Habt ihr schon genommen? Ja, ey, guck mal wie ich aussehe. Nicht starten, bitte nur nicht starten, ne? Ich hab noch keinen genommen. Oh, das wusste ich nicht. Ist egal, wir dürfen nicht mehr nehmen, den wir wollen. Und das erste Mal. Lass random, okay? Nein, ich nehme Stronghold, den wir noch nicht genommen. Okay. Aber ich hoffe mal, dass es da nicht dunkel ist, weil das immer du. Ne, hat man noch nicht. Jetzt haben wir alle Maps gehabt. Jetzt haben wir das letzte Map, den wir noch nicht hatten. Wie geil ist denn das? Alter, Alter, ich blute. Ey, was eigentlich? Ich blute. Ey, was? Ich brenne, meine ich. Falt, Mann. Möge der Beste gewinnen. Also wieder ich. Also wieder ich. Alter, Alter, ich blute. Oh, lol. Ich kann ja voll nicht so weit werfen. Oh. Lol. Wie geil hast denn? Yeah. Ich bin super stark, super stark. Alter, wer? I'm super, super cool. Nein, ich verliere. Nein, nein. Hat irgendwer Blaze genommen? Ich. Lol. Hey, warum brenne ich denn die ganze Zeit? Der war jetzt so ein Blazer. Boah. Boah. Oh, Rache gibts zurück, ey. Ich sag's dir. Oh. Tobi, wird nicht da meine süße Spinne geschmeckt. Oh, oh. Au, 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 au. Tolleten. Einfach sterben, einfach sterben. Ihr müsst einfach nur sterben. Wie viele Life hast du noch, Tobi? Zu viele für euch. Naja, bestimmt. Zu viele. Ein halbes hatte ich. Ah, das ist ja gestocht. Junge, wie ich einfach nur spawnen und direkt auf die Fresse bekomme, Andi. Pass auf. Hier ist es. Du machst hier da. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss hier weg. Au. Ich hänge, ich bin netzes. Lol, Alter, wie wir hier spawnen und uns gegenseitig immer metzeln. Aber du willst ja einfach da abkeetschen, ne? Oh. Das ist ja voll die geile Map. Und Creeper ist auch voll die geile Klasse. Ach, alter, alter. Hui. Hui. Jumper, Digger. Au. Ich bin jetzt gleich draußen, oder? Pff. Boah. Alter. Hups. Oh. Ja, Mann, ich hab jemanden gekillt. Mario. Alter, ich hab nur noch zwei Herze gewöhnt. Ja. Ja, genau, du selber. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Okay. Nein. Ja, hm. Tobi, du kleiner Schieter. Eieiei. Oh, alter. Ah, Glück gehabt. Alter. Nein, ich bin von der Welt gefallen. Ich bin von der Welt gefallen. Oh. Ich bin nicht gesprungen, bin nicht durch die Klippe gefallen. Durch den Schuss. Au. Wieso kannst du so weit treffen? Ja. Komm. Ich bin Profi, weißt du? Stopp, nicht mich schlagen. Ich muss sehen, wie viel... Was hast du gesagt? Ich wollte sehen, wie viel Herz wir noch haben. Ich will nicht als erstes sterben. Nein! Nein! Ich bin einfach... Ich hab mich selber getroffen. Ich bin so schlecht. Wie oft habt ihr eigentlich schon gewonnen? Vielleicht kann ich ja sogar gewinnen. Ich hab einmal nur. Loil, P1. Hunterkiller oder Basti, du hast doch noch voll viele Herzen, oder? Ich brauche es. Äh, voll viele Leben. Noch eins. Alle haben noch eins. Alle haben noch eins. Alter, alle haben noch eins. Ich bin schon... Alle haben noch eins. Ah! Du Muschikäpper! Du Muschikäpper! Du Muschikäpper! Ey, nicht mehr, ich bin zu... Ich bin doch zu jung zum sterben. Bitte nicht mehr schlagen. Hier, dann... Nein! Kann ich Basti schlagen? Sind nur noch wir beide über? Ja! Andi, wenn wir schlagen, ist unfair. Andi, bitte nicht. Ich bin draußen. Da steuert ihr die Web. Loil, wo bist du? Wo bist du? What the fuck? Ah! Andi, ich bin doch zu jung zum sterben. Das ist ja die Web, ey! Oh, da sind doch uns! Alter! Ihr schlagt mich hier! Wer ist denn noch drinnen? Achso, kann man hier sehen. Oh! Ja, noch Basti. Scheiße! Wo bist du? Wo bist du? Das ist doch geil! Hör auf, Junge! Jetzt hab ich schon wieder Leben verloren wegen dir! Ey, da! Hier ist Basti! Bam! Ah nein! Ich hatte nicht mehr ein ganzes Deck! Nein! Like a Analratte! Oioioioi! Auaioioi! Auaioiii! Auaioi! Auaioiii! Auaioiii! Ich weiß, ich bin jetzt eine Pussy, aber nein! Ich bin runtergefallen! Aaaaaaaiii! Komm bitte, bitte! Lass mich gewinnen! Hab ich gewonnen! Jawoll! Lappen. Lass dich lieber von mir töten, als runter zu springen. Ah, ich hab gewonnen. Nein, ich bin auch selber runtergefallen. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin Winner, ich bin Winner. Du hast drei Stück gewonnen, ich hab drei Stück gewonnen. Die anderen waren gar nichts gewonnen. Ich hab zwei gewonnen. Ich hab zwei. Also ich würde sagen, das war's für mein Abonnentenspecial. Ja. Ihr könnt euch auch versuchen, Kanäle wie immer in meiner Beschreibung. Danke nochmal unserem Sponsor, der natürlich nochmal Tschüss sagen kann, wenn er will. Jo, ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Kanäle wie immer. Tschüss. Ja, okay. Hau uns n. Tschüss mit Ö. Hä? Tschüss mit Ö. Tschüss mit Ö. Tschüss mit Ö. Noch einen schönen Tag. Äh, schönen Abend noch. Viel Spaß beim weiteren Video gucken. Und dann würde ich sagen, was sagen wir? Tschüss. Auf drei sagen wir Tschüss, okay? Ich hab schon auf die Twitch. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.